genau eine kurze unterbrechung ihr habt natürlich nichts mitbekommen wir schon gut ist es auch immer noch da ich hab die zaun inzwischen fertiggestellt ja ich muss halt mal kurz weg ich habe viel zu viel scheiße im inventar wie macht man dann bitte in minecraft scheiße das geht übrigens auch es gibt ein mod mit puh es gibt doch zu viele informationen nein erster es gibt ein boom und was ist eigentlich in jail dieser fall so dass es dieses von wegen dass er nicht mehr wegspawn genau dass man nicht mehr weg einfach scheiße erster funktionstest scharf gespawnt ich glaube das ist noch nicht du musst ja eine gewisse menge weg sein er sind wir eigentlich oder 25 blöcke weniger was sollte locker geschafft haben ja ja mehr ist locker vielleicht muss auch erst ein bisschen heller sein oder wir laufen einfach mal bis zum ob fahren und töten noch ein paar viecher weil wir da erstmal facken hinstellen ansonsten ist der gleich zombie island angesagt wenn es dunkel wird direkt ganz schnell schlafen ich brauche ich brauche die essenzen auch die essenzen wir brauchen die smelterie torch grid sie brauchen nur ein bisschen ich gehe die ganze zeit hüte habe ich denn schon mein lieblings hut die tat ist jetzt muss es jetzt nicht verraten ganz ehrlich wer das nicht weiß der kanal nicht habe ich das so offensichtlich schon öfter gesagt habe ich sogar als handy hülle so ja aber ich bin nicht zufrieden mit uns so das was wir geschafft haben ja doch kaum mit leben der nächste wäre halt wirklich diese farming station von ende ich meine die braucht wahrscheinlich strom aber da braucht man z logic prozessor führen spiel ist nice zombie kopf zwei silikon ich mache jetzt haben wir zu dann gucken wir mal ob da irgendwann mal irgendwas sport und das musste mit der gießkanne händel ist krass noch mal wieder ausbreiten das ist das problem dafür brauchen wir irgendeinen kopf glaube ich ja brauchen wir solarium solarium dafür brauchen wir erst eine lois melder und so sind ganz nebenbei mit sonst nix ist man sollte jetzt nicht unbedingt das problem werden meine mir vier stück besorgt das ist überhaupt kein problem im notfall ist ein slutspoiler aus netherrack aber das ist dann nur in der destille nether seeds sobald wir in den nether gehen können wir uns irgendwo da was abbauen da kann ich das sie zu machen das klingt sehr detailliert also irgendwo was abbauen da ist egal was irgendwas was im nether ist kann ich zu sehen das ist kein problem so und ich habe kein gar keinen platz mehr mehr da das heißt leute ich werde nach der aufnahme auf jeden fall ein bisschen sortieren vielleicht ein paar kisten dabei machen weil das will ich euch nicht zumuten sage ich ganz ehrlich das dauert wahrscheinlich so übelst lange und alleine dass ich jetzt schon durch renne immer wieder auf pink day haben wir pink day pink day pink day was ist pink day das ist pink day ach pink day ja okay ich habe pink day verstanden ich habe auch pink day gesagt aber pink day ich bin dafür dass wir so schnell wie möglich irgendwie automatisch diese magical crops durch kriegen wir haben jetzt kommst du voll cool wo ist das ding denn hier mein gras 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 irgendwo fehlt da gerade so es tut mir wie gesagt leid dass wir die ganze zeit hier irgendwie blumen beim züchten sind aber ich will auch eine ganz bestimmte sache von magical crops haben magical crops und das ist echt nice notfallüberlauf inventar nummer 70 welche das ist die hier müsste das sein und dafür brauchen wir zivik essenz und die brauchen wir schon extrem infuse stone doch gut ist das richtig oder mal darf ich mir doch etwas ach leder leder also da wir noch keine kühe haben ne über den master infuse stone wenn dann die frage ist jetzt bist du auch zu dicht dran vielleicht bei den beim feld wie viele blöcke hast du von hier aus weg gemacht 30 dann noch mal nicht können auch gerne einmal bis zur mob falle bauen laufen danach ist hundertprozentig sicher dass wir weit genug weg sind also was wie goldrüstung oder so würde ich übrigens nicht wegschmeißen mal gucken wann da was kommt habe ich jetzt weakness ja ich meine schon sachen aus der welt raus war die echt zu viele haben dass mich mit wittes prüfen getroffen oder so eine hexe drin gewesen ich weiß es nicht mehr war ich da ist ein mob moment da ist ein mob yellow snowflake er das ist dieser skins motto glaube ich kann sogar sein dass wir da irgendwann auftauchen und weil der nimmt zufällig von der minecraft website die skins und haut die hier so gesehen rein aber level 30 dann haben wir wieder ein slot anlocken ich habe auch schon drei pfeil ich level 40 und für den nächsten das ist etwas das steilige flott alle zehn level so gesehen da müssen wir ein bisschen warten nicht dass das ein anderes biome ist und da mal gucken wir das von biome ist er ist forest hills müsste eigentlich spawn müsste auch gehen ja aber es ist ja noch nicht ganz zugegrast vielleicht muss ich vielleicht muss die kantenlänge auch mehr als 10 sein ich weiß es ja nicht und glaube ich nicht eigentlich nicht ich guck mal dass ich das eben zugrase so 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 becky fiel 25 blocks away from your waste from spawning animals habe gemacht die zeit ist abgelaufen da gehöre ich gerade die glocke so leute wir werden jetzt nach der aufnahme ein bisschen die kisten sortieren vielleicht noch ein paar kisten dazu bauen vielleicht noch ein zwei barrels dazu bauen denke ich ich werde schlafen wieso schläfst du eine runde du gehst jetzt schlafen ja gut danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten tschüss